So Leute, heute soll es mal hier um die Woche 5 gehen von diesen ganzen Deadpool-Aufgaben. Ich werde euch heute mal eine zeigen. Die nennt sich Huldige, dem Regenbogen, in dem wir insgesamt 5 verschiedene Stahlbrücken besuchen. Wo die sich ganz genau befinden, werde ich euch jetzt mal gleich zeigen. Davor könnt ihr gerne ein Light da lassen und auch ein Abo da lassen. Falls ihr neuer seid, würde mich sehr sehr freuen. Und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt mit dem Video. Um die 5 Stahlbrücken am besten ganz schnell zu besuchen, schnappt euch hier bei The Rig diesen Helikopter hier. Ich glaube, hier werden jetzt eh nicht so viele herkommen und sich direkt den Heli holen. Deswegen steigt einfach hier direkt ein. Und jetzt werde ich euch mal hier direkt die 5 Orte zeigen. Und zwar hier bei The Rig in der Nähe von Slurpy Swamp befindet sich auch schon die erste Stahlbrücke. Und zwar ganz genau hier. Das ist hier diese violette Stahlbrücke. Müsst ihr einfach mal ganz kurz da vorbeifliegen. Ich denke mal nicht, dass ihr aussteigen müsst, weil es sollte eigentlich zählen. Falls es nicht zählen sollte, einfach mal kurz absteigen und dann direkt weiterfliegen. Dann werde ich euch mal gleich die weiteren 4 Orte zeigen. So einmal vorbeifliegen. Vielleicht wird es unten links eingeblendet. Ah ne, ich bin im Kampflabor. Ich glaube, hier wird es nicht eingeblendet. Macht einfach so. Ja, fliegt einfach ganz kurz drüber oder landet einfach hier ganz kurz. Dann habt ihr die erste Stahlbrücke schon mal besucht. Die zweite Stahlbrücke wäre dann ganz genau hier in der Nähe von Misty Meadow. Da werden wir jetzt auch mal ganz kurz hinfliegen. Hier wäre dann die zweite Stahlbrücke. Das Ganze habe ich ja euch schon bereits auf der Karte markiert. Ich werde euch jetzt mal hier direkt die dritte markieren. Und zwar befindet sich die hier ganz genau bei Frenzy Farm. Da werden wir jetzt auch mal ganz kurz hinfliegen. Hier wäre dann auch schon die dritte Stahlbrücke. Das ist hier diese, ja diese grüne. Und jetzt markiere ich euch mal die vierte auf der Karte. Und zwar ganz genau hier oben. Das wäre dann die blaue. Und da fliegen wir jetzt auch mal ganz kurz hin. Bei der vierten sind wir jetzt hier schon mal angekommen. Und ihr könnt dann eigentlich auch direkt weiterfliegen. Und zwar ganz genau da nach vorne. Das wäre dann die rote Stahlbrücke. Ganz genau hier auf der Karte in der Nähe von Salty Springs. Ja, okay. Zwischen Salty und Pleasant. Einfach auch da wieder ganz kurz hinfliegen. Dann habt ihr die Aufgabe ganz easy gelöst. Falls ihr noch irgendwie weitere Hilfe braucht zu irgendwelchen Wochenaufgaben, Deadpoolaufgaben. Einfach mal oben rechts auf das i klicken. Und dann würde ich sagen, das war es mit einem kurzen Video.